Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm. Ich bin Kandidat, Landtagskandidat für die Landtagswahlen Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 und ich lade Sie ganz herzlich zur Telefon- und Bürgersprechstunde ein, weil persönliche Treffen aufgrund der Corona-Verordnungen und aufgrund der Ansteckungsgefahr von Corona leider nicht immer möglich sind. Telefonieren, das ist gefahrlos möglich. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Telefonnummer 0621 58 67 8054.